hallo ja hey was geht ja der echte und ohne witz black ops 3 bringt einfach so bock ich schwöre dir ich bin jetzt schon fast prestig 1 ok direkt auf aber egal es reicht für youtube ja also k a wer das ist k p wer das ist ich weiß es einfach nicht aber ich wünsche euch einen schönen tag noch wann ihr das video auch immer guckt also wertet diese scheiße bitte und wenn ihr irgendwelche kumpels habt die getrollt werden wollen sozusagen dann schickt mir die nummer gerne per privatnachricht das ganze geht auf meine kappe also ihr werdet nicht genannt und so also dass der ärger geht auf mich sozusagen also schickt mir einfach die nummern in die kommentare also dann tschüss und bis zum nächsten mal euer bi0b0 schreibt gerne auch mal kommentare und ja dann tschau ne zeitsprung abgeschlossen schwer neutralisiert feind ausgeschaltet Das war's.